Was ist dir heilig? Meine Freiheit, dass ich entscheiden kann, woher ich gehe, was ich mache, was ich mit meinem Leben anfange und, ja, dass ich selbst entscheiden kann, wer ich bin. Was ist dir heilig? Mir ist dieses Ding heilig, weil man damit so schön die Leute erschrecken kann. Was ist euch heilig? Und es ist heilig, der Schlaf, keine Ahnung, und die Erfahrungen, die man so im Leben sammelt. Was ist dir heilig? Ja, wie man sieht, Weihrauch natürlich. Als Administrant ist Weihrauch der coolste Job überhaupt. Und wie man sieht, mir gefällt es hier. Ich bin auch noch nicht high, das ist keine Droge. Soll ja auch gesundheitsfördernd sein, der Weihrauch, und mir gefällt es hier. Was ist dir heilig? Also, mir sind besonders wichtig meine Freunde und dass ich die Zeit mit denen verbringen kann. Und, ja, das ist mir besonders wichtig. Und was ist dir wichtig? Meine Familie und meine Freunde und mein Handy und Pizza. Also, Pizza kann ich immer essen.